Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Miles Edgeworth Ace Attorney Investigations. Den letzten Part haben wir damit geendet. Ja, wo liegt der Beweis, dass dieser Koffer nicht ganz so alt ist, wie Mr. Nero es behauptet? Und ich würde sagen, dieses Preisschild hier sieht ziemlich verdächtig aus. Nimm das! Sagen Sie mir, Mr. Nero, ist es eine Eigenart von Ihnen, den Preisschild am Koffer zu lassen? Ah! Was bedeutet das? Warum würden Sie über den Koffer lügen? Hm. Ganz zu schweigen davon, dass sie noch Selbstbewusstsein in ihrem Design-Sinn hat. Die Verkaufszahlen haben sie bittere Tränen weinen lassen. Die Wahrheit ist jetzt klar. Mr. Nero, ich denke, ich verstehe. Ich weiß jetzt, was sie versuchen wollen zu verstecken. Nun denn, dieser Koffer war eigentlich im In-Line... äh, ja, In-Flight-Shop. Wenn wir uns hier den Preisschild betrachten, der immer noch am Koffer hängt, dann kann man wohl mit Sicherheit behaupten, dass dieser Koffer aus dem In-Flight-Shop kommt. Und die Person, die diesen Koffer gekauft hat, sind Sie, Rhoda Tenero. Nimm das! Es waren Sie, nicht wahr, Mr. Nero? Ich hasse es zu sagen, aber diese Koffer, den Sie designt haben... Es wurde nicht gut verkauft, richtig? Hm. Sie haben gesehen, wie schwer sich der Koffer, den Sie designt haben, verkaufen ließ. Und Sie wurden schwer verletzt. Also wollten Sie es aussehen lassen, als würde es sich gut verkaufen, indem Sie es selbst kaufen. Ist das nicht richtig? Dann der Grund, warum Sie in den Shop gegangen sind und wieder zurück. Es tut mir leid. Alles, was ich habe, ist mein Job. Ich... Ich war so überglücklich, als mein Design ausgewählt wurde. Ich dachte, vielleicht... Vielleicht hätte ich irgendetwas Erfolgreiches getan. Aber die Koffer wurden nicht verkauft. Es ist wegen dem Design, nicht wahr? Alle, die das sich anschauen, sagen, schrecklich. Ich kann auch nicht behaupten, dass der Platz, wo die verkauft werden, eine gute Wahl war. Sie haben nicht mal einen einzigen verkauft. Sie saßen einfach nur da und haben Staub gesammelt. Ich fühlte mich so schlecht, sie dort zu sehen. Tag ein, Tag aus. Also habe ich mich entschieden, immer einen zu kaufen, für jeden Flug, wo ich arbeite. Sie... Sie kaufen... Haben immer einen Koffer gekauft, während Sie gearbeitet haben? Ich verstehe. Um, äh... Das Ansehen zu schützen, haben Sie immer... Haben Sie ein... Bzw. um... Bäh... Jetzt bin ich aus dem Konzept hier rausgekommen. Um Ihren Plan fortzusetzen, haben Sie auch in diesem Flug eingekauft. Ja, hier ist meine Quittung für diesen Kauf. Hm, diese Quittung hat einen Zeitstempel. 5.40 Uhr. Kofferquittung in den Organizer. Schauen wir uns doch mal an. Mein Gott, wir sammeln wieder Beweise, wie sonst was. Wurde im In-Flight-Shop gekauft und im Flugbeglätterinnenraum abgestellt. Der Zeitstempel sagt 5.40 Uhr. Die Wahrheit ist, es gibt noch jede Menge, die nicht verkauft wurden. Sie planen, alle anderen zu verschrotten nach diesem Flug. Mr. Nero, wo sind denn die anderen Koffer? Oh, die sollten alle im Gepäckraum sein. Also, der Koffer, den der Mörder benutzt hat. Könnte sehr wohl vom Gepäckraum kommen. Ähm, Mr. Edgeworth. Sie glauben doch nicht, der Mörder hat eins meiner Koffer benutzt, um... Oh doch, das tue ich. Der Mörder hat eins ihrer geliebten Koffer benutzt, um die Leiche zu transportieren. Ah, wie konnte er nur? Diese Koffer sollten treue Partner für unsere Passagiere auf ihren Reisen sein. Das habe ich mich für ihn gewünscht. Mr. Nero, gibt es einen anderen Weg, außer den Aufzug, um zum Gepäckraum zu kommen? Der einzige andere Weg ist nur durch diese Tür hier. Und was ist über die Sicherheit? Diese Tür hat, äh, kein spezielles, äh, Schloss installiert oder so, weil... Um überhaupt in diesen Raum reinzukommen, braucht man eine spezielle Keycard, die nur Crew-Mitglieder haben. Das bedeutet, dass der Mörder irgendjemand, äh, ist, der in diesen Raum Zugang hat. Was die Passagiere eliminiert und nur die Crew-Mitglieder übrig lässt als potenzielle Verdächtige. Ich kann das nicht glauben. Moment mal! Ja, Franziska? Immer wieder diese wilden Anschuldigungen! Du bist eine Schande für den Namen von Von Karma! Und was meinst du damit? Der Koffer kam von dem Gepäckraum. Dieser Fakt allein erzählt die ganze Geschichte. Weswegen ich sage, dass der, äh, Täter einer von der Crew-Mitglieder sein muss, die eine Keycard haben. Miles Edgeworth! Du denkst also, dass der Mörder den Aufzug benutzt hat vom Gepäckraum aus, korrekt? Das ist die einzig realistische Möglichkeit. Die andere Flugbegleiterin, Miss Mealy. Sie, ich habe sie vorher befragt und sie hatte das gesagt. Franziska hat Informationen von Miss Mealy bekommen. Um den Aufzug runter zu dem, äh, Gepäckraum zu bringen. Eine andere Keycard wird dazu benötigt. Eine andere? Ja, und die einzige Person, die diese Keycard besitzt, sind Sie, Miss Rhoda Tenero. Nur Sie sind es! Ah! Was? Ist das wahr, Miss Tenero? Ja, ich habe die Keycard in meinem Spind gelassen. Können Sie uns bitte die Karte jetzt zeigen? Ja, äh, warten Sie. Ah, ich, ich glaube das nicht. Was ist denn? Die Keycard, sie, sie ist weg. Äh! Hahaha, sehr schlau. Sie tun nur so, als wäre die Karte gestohlen, um es aussehen zu lassen. Äh, ja, äh, sie wollten es aussehen lassen, als wäre sie gestohlen. In Wahrheit wollen sie sie aber nur vor uns verstecken. Sie haben das gut durchdacht. Warten Sie, so ist das nicht. Sie können uns alles darüber erzählen, unten in der Station. Officer, verhaften Sie diese Frau. Jawohl, Ma'am. Mr. Edgeworth. Hm. Hm. Was ist denn los? Unglaubwürdigkeit, äh, ist überall auf deinem Gesicht. Franziska, ich weiß, dass du die, äh, verantwortliche Untersucherin in diesem Fall bist. Aber... Moment mal! Denk erst gar nicht darüber nach, weiter meine Zeit zu verschwenden. Hm. Du kennst die Regeln, so wie ich sie kenne. Beweis spricht, äh, eine klarere Sprache als Wörter. Selbst wenn das nicht der Gerichtssaal ist. Dieser, äh, diese Basis bleibt bestehen. Hm. Ich möchte jetzt den Gepäckraum untersuchen. Was wirst du tun, Miles Edgeworth? Ich denke, ich werde dasselbe tun. To be continued. Ist Mr. Nero wirklich unsere Mörderin? Hm. Ich zweifle genauso wie Miles Edgeworth. Aber wenn das der Fall ist, dann muss jemand anderes der Schuldige sein. Aber wer? Und warum? 12. März. 2.52 Uhr. Flug I-390. Unterer Deck. Gepäckraum. Wow, also das ist der Gepäckraum, hä? Na, da hat wohl jemand Spaß. Es ist so groß! Geh ins Kinderparadies oder sowas. Hm. Dieses Flugzeug ist ein Spezialmodell. Es hat einen sehr großen Gepäckraum und einen sehr luxuriösen Erste-Klasse-Bereich. Also ist das der wahre Tatort des Mordes? Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für das. Der aus dem Grund sind wir hier, korrekt? Okay, lasst uns untersuchen, Sir. Wir gehen mit der Untersuchung. Unterer Deck. Gepäckraum. Alles klärchen. Dann laufen wir mal los hier. Hm. Na nun? Das sticht ja schon förmlich raus hier. Ich könnte mich praktisch dazwischen klemmen. Du nicht, Gamshow. Du bist fett. Du kannst das nicht. Heilige Koffer, Mr. Edgeworth. Das ist ja, äh... Äh, wie, ja... Kofferausverkauf hier. Das müssen die übrig gebliebenen sein, die sich nicht verkaufen ließen. Diejenigen, die die Firma planen zu verschrotten nach diesem Flug. Hä, diese Zeichnungen hier sind ja richtig cool, denken Sie nicht? Es spricht einfach so künstlerisch. Oh, warum kaufen Sie sich dann nicht einen? Ich denke, es wird Ihnen sehr viel Freude bereiten. Denken Sie? Dann... Dann sollte ich vielleicht. Lass uns mal schauen. Zwölf! Hundert Dollar? Ich denke, ich muss passen. Ja, Mr. Nero wundert sich, dass sie sich nicht verkaufen lassen. Man braucht zwei Jobs, um überhaupt einen zu kaufen. 1.200 Dollar für einen Koffer? Wie viel ist das denn Euro eigentlich? Euro ist ein bisschen weniger. Wird aber immer noch, glaube ich, um die 1.000 Euro sein. Wer zahlt denn 1.000 Euro für einen Koffer? What the hell? Ich kann das mir definitiv nicht leisten. Aber ich bin ja auch ein armer Azubi. Hm. Es sieht definitiv so aus, als würde ein Koffer fehlen. Hm? Was ist das für eine Substanz, auf die ich stehe? Es ist, äh... Ein paar Glasscherben? Glasscherben? Was machen denn Glasscherben hier? Und woher kommen sie? Hm. Ja, ich denke, wir können dann aber auch direkt Logik betreiben, denn... Wir haben ja irgendetwas, was Glas besitzt. Nämlich die zerbrochene Brille. Verbindet euch. Ich denke, wir können sicher behaupten, dass diese Fragmente von einer Brille kommen. Und das Opfer hat eine Brille getragen. Genau das habe ich auch gedacht. Ich bin sicher, dass diese Glasscherben perfekt zu der Brille passen. Ergo, das Opfer war hier, so wie ich vermutet habe. Also sagen Sie... Also sagen Sie... Dass der richtige Tatort hier war. Richtig, Sir? Ist das nicht das, was ich schon vor langer Zeit gesagt habe? Oh, ist das so? Ich... Ich wusste das nicht. Vielleicht ist das auch zu früh, um diese Stoßfolgerung zu ziehen. Aber ich denke, dass diese Möglichkeit ganz weit nach oben gestiegen ist. Alles, was übrig bleibt, ist die Mordwaffe zu finden. Hm, die Mordwaffe müssen wir finden. Ich denke, das machen wir im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.